in diesem video möchte ich dir zeigen wie man die entwickler tools in microsoft excel einblendet wenn euch dieses video gefällt freue ich mich wenn ihr meinen kanal abonniert und jetzt geht's los ich befinde mich nun in microsoft excel und damit ich die entwickler tools einblenden kann muss ich im menü auf datei anschließend in dem bereich optionen und wähle dann im menüband anpassen gibt es hier ein register und in diesem register gibt es entwickler tools ich selektiere diese ich kann auch nur einzelne bereiche aktivieren oder oder deaktivieren und bestätige mit ok nun habe ich die entwickler tools eingeblendet und sehe diese hier im menü falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach ein kommentar ich werde euch antworten tschüss und bis bald